malzer zusammen ja heute entspanntes geisterjagen in kleinen häuschen sagen wir mal wir haben uns erstmal die willow street rausgepickt erstmal kleinen anfangen und mal schauen wo wir hingehen wir entkommen sie der geist während einer jagd mit räucherstäbchen reinigen und mit räucherstäbchen während einer jagd ja gut das ist schon mal wieder ich habe jetzt mal nur ein räucherstäbchen okay ja gut das geld kriegen wir schon mal nicht und lisa super wieder eine frau so ausrüsten wir haben seinen kanal verfolgt der hat bestimmt mitbekommen dass wir eingeschaut haben in ghost hunters corp das was wir spielen konnten sah schon verdammt gut aus gibt schon einige unterschiede zu fasmo nix wildes aber doch die möglichkeiten sind da schon etwas größer haben dazu auch eine gruppe gemacht wenn ihr bock drauf habt könnt ihr gerne mal reinschauen ich verlinke euch das hier unter dem video falls ihr mitspieler sucht fragen habt oder so aber erst sind wir jetzt bei fasmo wo wieder nix piep na vielleicht gehen wir heute mal ein bisschen aggressiver dran schon lange nicht mehr gestorben gib uns ein zeichen das ist ja gut ganz gut lass die tür auf freundchen ist er jetzt hier oder ist er da wo bist du bist du ein kind was willst du wo bist du was willst du sprechen wir doch nicht ja positionieren wir mal hier also ich nehme jetzt mal an der ist im flur wenn der die tür auch aufgemacht hat hier ist jetzt gar nichts mehr das läuft kannst du noch mal piepen hallo komm piep mal ha mysteriöse dinge gehen vor sich ja okay der kam jetzt äh unerwartet aber war auch nur vierer ausschlag 10 aktivität das äh ja okay kann man machen so den nehmen wir mit den nehmen wir mit so lege ich ihm jetzt was zu malen hin wird jetzt einfach mal hier was hin so die kamera die stellen wir mal ganz gezielt hier hin schreib ins buch bitte bitte oh wie warum geh weg okay dann ist er vielleicht doch in dem raum jo aber nur vierer ja komm lege ich dir das buch auch da hin wir sind ja nicht so oh hm macht das sinn wenn ich die jetzt so hinstelle ah so läuft wir haben ja noch eine zweite kamera ah dann quatschen wir hier noch mal eine ecke rum wo bist du yes ah schauer die tür zu machen nicht die tür zu machen schön lieb sein ja toll was ist denn der briefkasten derseits in dem licht aber auch aus wenn da irgendwer lang läuft da ist äh immer noch geflasht von dem anderen spiel ah kamera genau zack hier sehen wir kein ohr aber aber wir haben schon mal die sprechbox heißer box so bei den aktivitäten muss er ja auch patschefötchen hinterlassen haben theoretisch dann nehmen wir nochmal eine zweite mit ja ganz easy und und nix auch nix auch nix auch nix auch nix Ah, ist nix. Lichtschalter? Auch nicht. Ah, sieht nicht gut aus. Andere Tür? Auch nicht. Hm. Puh. Puh. Na, stellen wir hier nochmal eine Kamera rein. So. Was willst du? Oh, na schön. Wie freundlich wir doch empfangen werden. Hm, 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 hm. Da hab ich natürlich nicht aufs Buch geguckt. Na, vielleicht fängt die Kamera dann ein. Da ist immer noch keiner. Da ist doch ein wunderschöner OAP. So, OAP. Poltergeist Jinmara, Yokai. Oh. Ja, dann ist ja noch alles offen, würde ich sagen. Ah, wir könnten nochmal die Räucherstäbchen mitnehmen. Wenn wir schon mal da sind. Hm? Achso. So, Fräulein, jetzt gibt's auch die Riechdrüsen hier. Vielleicht hat's er ins Buch geschrieben. Ah, dann wären wir hier fertig. Dann wären wir noch ein paar Schnappschüsse für unser Poesiealbum. Schreib ins Buch. Fünfer. Werf mal den Tampon weg da. Oh, dass man den nicht sieht, ne? Ja, dass die sauer ist, glaube ich, wohl. Gib mir den. Mann, Mann, Mann. Toll. Jetzt ist vorbei. Ei. Die wirft ihre Pumps hier rum. Muss aber verdammt sauer sein. Ja, da waren nur vier. Komm, schreib ins Buch. Bitte. Muss ich jetzt echt nochmal mit dem Foto abarat kommen? Also, die hatten den Drang, sich zu zeigen. Das wird wieder so eine Folge. Wir machen mal eben kurz, ey. Boah. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber früher war das irgendwie einfacher mit den Aufgaben. Ah, 74 geht. Obwohl, Packungen haben wir noch. Das ist erledigt. Ach Gott. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Auf, ins letzte Gefecht. Oh, hier machen wir schon mal die Tür. Ey. Ging die nicht sonst anders auf? Oh. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hallo. War nur ein kleines. Bist du ein Kind? Hm. Das ist aber schlecht. Bist du ein Kind? Wo ist denn jetzt schon wieder? Gib uns ein Zeichen. Hallo. Juhu. Lisa. Hallo. Zwecksfingerabdrücke, ne? Hm. Hoch will sie nicht. Fingerabdrücke hatten wir mit der Lampe auch nicht. Oder waren wir dann nur so Mini-Fingerabdrücke? Ne, da sind wohl keine. Okay. So, Poltergeist, Jin, Mare. Hm, hm, hm. Poltergeist, Jin, Mare. Flirtemperatur. Hm. Level 5, da waren wir nicht weit von entfernt. Ja, und die Fingerabdrücke. Äh. Tja, müssen wir wohl nochmal die Temperatur bei ihr messen. Bleibt uns noch nichts erspart heute hier. Ja, jetzt fängst du wieder an, ist klar. Habe ich überhaupt einen Thermometer? Haha. Lustige Geschichte. Ach, verdammt. Also der Orb ist da. Müsste die ja auch da ins Buch schreiben, wenn sie wollen würde. Triggern wir mal noch eine Runde. Ach, demnächst Equipment genau kontrollieren. Verdammt. Ich hätte mir jetzt auch mal den Nachnamen merken können. Kannst du nicht schreiben? Gib uns ein Zeichen. Jetzt die große Quizfrage. Startet die immer aus der Ecke oder nicht? Äh, ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Lisa, wo bist du? So, jetzt hört man sie, jetzt sieht man sie nicht. Naja, machen wir mal Licht an. War doch hier, oder? Ach, nee, das war im Keller. Nee, im Keller geht. Aha. Schreibst du mir jetzt was ins Buch? Na? Immer noch nicht. Gib uns ein Zeichen. Wobei, der Geist hat auch immer angefangen, wenn wir gelabert haben, ne? Hm. Ja, geh ich jetzt auf EMR 5, ja, ne? Puh. Wäre ein Sinn. Wobei, wir ja nie Strom anhatten. Ja. Äh. Komm, ich versuch da mal mit dem Yurai. Äh, Yokai. Yokai, Yurai. Okay, verleger Verwirrung. Yokai wäre Geistergut. Ne, den wollen wir nicht. Schau mal, ach, den Poltergeister hat man noch. Fingerabdrück oder EMF? Hm. 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 Tja. Fingerabdrück. Na? Oh, wow. Hätte ich doch mal den Gin genommen. Okay, das war schon mal ein Satz mit X. Tja. Ne. Komm. Nein, geht noch. Na, nehmen wir mal Edgefield Street House hier. So. Den nehmen wir mit. Dat. Und den. Und den. Und den. Und den. Thermometer. Komm, Pillen nehmen wir mal genug mit hier. Kostet ja nix. Kopfkamera brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Alles klar. Auch geht er. Jetzt aber rucki zuck jeder durch. Und Schlüsselchen. Lämpchen. Und. Nachbock. EMF. Und. Haben wir überhaupt auch Männer da drin? Die sind viel zu aggressiv. EMF. EMF kriegen wir hin. Kling. Kommen sie dem Geist. Wenn sein muss. Und eine Kerze ausblasen. Eine Kerze ausblasen können wir auch. Okay, das sind zwei Sachen, die wir können. Tschaka. Wir schaffen das. Margarete. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe nicht mal Bonbons in die Schlüssel gelassen hier. Wo bist du denn? Margarete. Will ich wahrscheinlich wieder direkt vor mir stehen. Hallo. Und wir hatten übrigens immer noch kein Handtuch. Ich glaube langsam echt dran, dass es diesen Geist nicht gibt. Also bestimmt schon 50 Mal gespielt. Alle Geistersorten durch. Aber den. Den hatten wir nicht. Gibt da einer mit Sachen? Da war jetzt mal nix. Bonbons. Nein. Nur Schlüssel. Hallo. Juhu. Die ist wieder am Arsch der Welt da hinten, oder? Uff. Bup, 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 bup. So, da haben die Kollegen sich bulgiert. Hier ist keiner. Ey. Mein Gott, warum hast du so ein großes Haus? Gib uns ein Zeichen. Willst du auch nicht? Willst du auch nicht? Ah. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Draußen? Bist du ein Kind? Hm. Ja, ja, die alten. Ja, das geht ja noch. Ist mir die nicht richtig, dass die sofort immer auf 10 hochgehen. Ja, immerhin müssen wir nicht so weit latschen. Ist doch schön. Knochen haben wir auch schon. Können schlimmer sein. Zack. Ja, wo stellen wir die denn jetzt hin? Hm. Vielleicht mal so hier hinstellen. So. Ah, komm. Zack. Dann legen wir da hin. Schreib ins Buch. Können wir die Kerze da auch gleich hin. Hauen. Ja. Zack. Ey. So. Weg. So, währenddessen brennt die Kerze in meiner Tasche natürlich weiter. Hm. Die doch im Wohnzimmer. Ach, reinwürgt sich. Alles gut. Alles gut. Da ist aber auch ein Radau hier, ne? Puste die Kerze aus. Bitte. Ja. Gut. Da sehen wir die Kerze brennen. Das ist schön. Und da sehen wir nix. Hm. Ah, ja. Ja. Okay. Ja. Zwei. Ja, immer noch dran. Das ist ja hier. Ah. Ja. 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 Ich hab doch gar nix gefragt. Bleib mal jetzt ruhig hier. Oh, komisch. Ja. Sprech schon von alleine. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Oh, jetzt können wir mal ein Döschen nehmen hier. Komm. Zack. Die Kerze haben wir ja. EMF haben wir. Brauchen wir nur noch Beweise. Wir haben die Box. Kein EMF. Kein nix. Kerzen ausblasen kann er. Wieso malst du nicht meine schönen Bücher hier rein? Komm, du warst doch gerade so redselig. So, Trick 17. Vielleicht stelle ich die Kamera nochmal um. Ja, könnte klappen. Ja, könnte klappen. Schreib bitte ins Buch. Nee, nicht old. Ins Buch. Ist die Dreckke an der Tür, oder? Komm, beweg deinen Arsch zum Buch und... Mann. Komm, jetzt noch ein kleiner Ort. Da ist immer noch nix. Guck mal an das... Ja, da leuchtet doch was. Ihr habt gemerkt, ich hab heute noch nicht über Bugs geredet. Noch in den gleichen Scheiß wie gerade, ey. Ach, super. Normal könnte ich jetzt direkt auf Gin gehen, ne? So, äh, Strom war unten, ne? Ah, okay. Da gehen wir nochmal eiskalt rein, hier. Malen will er ja nicht. Du solltest mal den Keller beheizen hier. Ganz schön frisch. Doch, Strom, oder? Oh, Gott. Der Pimp ist wieder lost. Ist doch noch ein bisschen die Garage latschen. Licht, Licht, Licht. Hab ich doch angemacht. Alles gut. Oh, Mann. Wird wieder mein Abend, hier. Das ist ja so ein heißer Geist, wa? Ja. Hier. Nacht. Ja. Kein Gefrierband. Ach, jetzt hör doch mal auf zu quatschen hier. Schreib lieber ins Buch. Jo. Trick 17 hat auch nichts gebracht. Ja. Das ist jetzt aber... Könnte nochmal Licht anziehen, ne? Ey. Malz, ich mach dir hier zum Spaß an, oder wat? Lieb uns ein Zeichen. Hallo? Jetzt willst du nicht mehr? Oder das Buch dahinten müsste eigentlich, wenn... Nö. Müsste ja eigentlich auch. Müsste ja voll abgehen, wenn ich hier natürlich dann mache, oder? Auch nicht. Hallo? Margarit? Man hört sie, aber sieht sie nicht. Schreib doch mal ins Buch. So, wie beim Gewitter, 21, 23, 24, 25, doch. Nix. Puh. EMF hatten wir ja, glaube ich, auch nicht so hohe Dinger, ne? Was ist denn mein, weil ich mein EMF drin? Mhm, 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 mhm. EM, äh, da. Ist das eine Mare? Hat das jetzt geflackert? What the fuck? Bist du eine Mare? Also, wie ich das ausspreche, würde ich da auch nicht drauf antworten, aber okay. Wir probieren mal was. Das ist jetzt, ist es mir ein Versuch wert. Mare war doch mit. Wenn Licht an ist, machten sie gar nichts, ne? Äh, schaltet man die Lichter. So, okay. Bin jetzt gespannt. Wieder ein schön. Ich bin zurück. Ich hab' einen Job für dich vorbereitet. Okay. Das war heute mal gar nichts, also. Totales Versagen. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut. Alles gut. Toilet poss buss gut. pot muss nach going 鍵 auch Erfahr